Das neue Reich umfasst im alten Ägypten die Zeit von 1550 bis 1070 v. chr. und ist neben dem alten Reich die wohl allgemein bekannteste Epoche der Pharaonenzeit. Allgemeines. Der Bekanntheitsgrad dieser rund 500 Jahre umfassenden Zeit liegt nicht zuletzt an den vielen kolossalen Bauwerken wie Festungen und Tempeln, welche die Herrscher haben bauen lassen. Ebenso sind viele Pharaonen durch ihre Eroberungen und Feldzüge bekannt geworden. Dazu zählt die von Thutmuses III. geführte Schlacht bei Megiddo 1457 v. chr. oder auch die Schlacht bei Kadesh 1274 v. chr. die Ramses II. 183 Jahre später führte. Auch die Begräbnisstätten im Tal der Könige und Tal der Königinnen haben das ihre dazu beigetragen. Aber die wohleindrucksvollsten Ereignisse waren die Entdeckungen der oft fast unbeschädigten Mumien der bekanntesten Herrscher des Neuen Reiches in der Kaschette von die Iael-Bahari und in dem Grab Aminophis II. 18. Dynastie Schon die XVII. Dynastie zum Ende der zweiten Zwischenzeit lehnte sich gegen die Herrschaft der Hyksos im Nil-Delta auf. Wichtige Personen hierbei sind die Amosiden Ahotepi und Kamose. Nach Kamoses Tod tat Amose 1550 v. chr. Die Nachfolge an, der die Hyksos aus Ägypten vertreiben und das Reich erneut einen konnte. Amose gilt als Begründer der 18. Dynastie. Mit der vollständigen Rückeroberung in der 18. Dynastie begann das neue Reich. Ägypten fand noch einmal zu einem kulturellen Höhepunkt. Zugleich trat das Land aufgrund seiner inneren Veränderungen durch die Hyksos in regen Austausch und Auseinandersetzungen mit der Außenwelt. Die Könige Amenophysi und Thutmusesi stießen bis zum Euphrat vor, wo sie mit dem Mithani-Reich in Berührung kamen. Im Süden eroberten sie das in der Hyksos-Zeit verlorene Nubien zurück und schoben die Grenzen weit nach Süden vor. Die Vorstöße nach Syrien scheinen allerdings anfangs eher als Gegenreaktionen gegen die Hyksos gedacht gewesen zu sein. Unter der Herrschaft der Königin Herzepsut, die nach dem Tod ihres Halbbruders und Mannes Thutmuses II. Die Macht übernimmt, besinnt Ägypten sich wieder auf seine kulturellen Aufgaben und die kriegerische Phase scheint vorläufig abgeschlossen zu sein. Kaum tritt jedoch Thutmuses III, oft Napoleon der Pharaonen genannt, nach dem Tod seiner Tante und Stiefmutter 1479 v. CHR. Die Nachfolge an, beginnen große Feldzüge, wobei Palästina und Syrien bis in die Gegend von Kakemisch weitgehend erobert werden. Dadurch wird Ägypten enger als je zuvor mit der vorderasiatischen Kultur konfrontiert. Die Milizen wurden zugunsten eines Berufssoldatentums verdrängt und sein Einfluss steigt gegenüber der bis dahin einflussreichen Beamtenschicht. Unter Amenophis II gab es noch Auseinandersetzungen mit dem syrischen Großreich mit Thani am oberen Euphrat, aber unter Thutmuses IV wurde Frieden zwischen den beiden Ländern geschlossen. Dieser wurde durch eine ausgeklügelte Heiratspolitik gewahrt. Das Land stand zu dieser Zeit in einer kulturellen Blüte, die kaum zu übertreffen war. Da die Amun-Priesterschaft in Theben bereits zu mächtig geworden war, begann unter Amenophis III eine deutliche Abgrenzung gegen den ausschließlichen Amun-Kult. Der König zog sich noch stärker als seine Vorgänger in die frühere Residenzstadt Memphis zurück und hob besonders viele andere Götter vor, wie Z. B., die Göttinnen Heather und Mut sowie die Götter Sobik und Aton. Dies geschah langsam und diplomatisch, wurde jedoch abrupt durch seinen Sohn und Nachfolger Amenophis IV. Beendet, der in seinem 5. Regierungsjahr 1356 V. CHR. Einen gewaltsamen Einschnitt vornahm. Ob er den bisherigen Glauben an Amun und die restlichen Götter verfehmte, wird in der Ägyptologie noch immer kontrovers diskutiert. Gesichert ist, dass er Theben verließ und in seine neu gegründete Hauptstadt Achet-Aten zog, die allein seinem Hauptgott Aton geweiht war. Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um den Wechsel des obersten Gottes, sondern um eine neue Weltanschauung, die anstelle traditionsgebundener magischer Vorstellungen auf eine naturgebundenere Welt Wert legte. Diese Handlung Amenophis IV, der sich nun Echnaton nannte, stellt den Wendepunkt der ägyptischen Kulturentwicklung dar. Nach dem Tod Echnatons versuchten die neuen Machthaber sofort, zu den alten Verhältnissen zurückzufinden und die Macht der alten Götter wiederherzustellen. Zwar wurden zunächst unter Tutankhamun und EJT II auch einige der neuen Einflüsse, wie Z. B. in der Kunst, beibehalten, jedoch war der Hass auf Echnatons brutalen Bruch mit den alten Traditionen so groß, dass man versuchte, die Erinnerung an diese Zeit ein für allemal auszulöschen. Dies lag vor allem an seinem Nachinnen, genauer gesagt, auf seine neue Stadt Gericht Eten Blick. Er zeigte sich unfähig für das Amt des Pharaos und stürzte das Land in eine Krise. Sein Verstoß gegen die Regeln der Macht brachte ihm den Hass ein. Der Pharaonenthron wurde von einem ehemaligen General übernommen, zur selben Zeit wurde von Norden die ägyptische Herrschaft in Syrien durch die Hethiter, unter König Supilolioma I., zerschlagen. Dieser Angriff wurde durch die sogenannte Dahamunsu-Affäre ausgelöst, bei der eine ägyptische Königin um einen hethitischen Prinzen bat, weil ihr Ehemann, der König, verstorben sei und sie keinen Sohn habe. Die Hethiter schickten nach einigen Briefwechseln den Prinzen Zananza, der jedoch noch an der Grenze ermordet wurde. Dieser Gegenschlag wurde wahrscheinlich vom späteren Pharao Haremhab in seiner Eigenschaft als oberster General veranlasst, ist aber nicht belegt. General Haremha, der schon unter Tutankhamun ein hohes Amt inne hatte, war der letzte Pharao der 18. Dynastie. Er bestieg den Thron um 1319 v. C.H.R., und ließ viele Überbleibsel der Amarna-Kultur vernichten. 19. Dynastie. Mit der Machtübernahme durch Ramses I., 1292 v. C.H.R., einst ein hoher General unter Haremha, wurde die 19. Dynastie begründet. Sein Sohn C.H.R., war der erste bedeutende Pharao dieser Dynastie. Er führte schon in seinem ersten Regierungsjahr 1290 v. C.H.R., einen Feldzug nach Syrien und später auch nach Libyen. C.H.R., hinterließ aus seiner Amtsperiode viele Bauwerke, deren künstlerische Gestaltungen heute zu den schönsten ganz Ägyptens zählen. In Ebydos fanden Archäologen das sogenannte Osirain, das wohl zur Aufbewahrung seines Leichnams bis zur Bestattung 1279 v. C.H.R., gedient hatte. Der Sohn Cetos I. Ramses II. bestieg nach dem Tod seines Vaters den Thron. Während seiner 67-jährigen Regierungszeit stieg er zum heute bekanntesten ägyptischen Pharao auf. Schon in den ersten Jahren musste er sich mit der Bedrohung durch die Hethiter an der ägyptischen Ostgrenze auseinandersetzen. Da Ramses II. sich genötigt sah einzugreifen, als eine palästinensische Revolte gegen die Besetzung des Landes aufflackerte, kam es zur Schlacht bei Kadesh. Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den hethitischen Königen ging über Jahre weiter. Er wurde 1259 v. C.H.R. zwischen Hathurseli III. und Ramses II. geschlossen. Die Bautätigkeit des Ramses II. erreichte ihren Höhepunkt mit dem Bau des Ramesseums und des Tempels von Abu Simbel, den er sich selbst zu ehren und nicht zuletzt für seine Frau Nefertari errichtete, der ein eigener kleinerer Tempel gewidmet ist. Ramses II. starb im hohen Alter von 92 Jahren und wurde im Tal der Könige beigesetzt. Unter Maremphtar, dem 13. Sohn Ramses II., kam es zu Revolten in Syrien, die er aber zurückschlagen konnte. Es ist auch eine ägyptische Weizenlieferung an das hethitische Volk überliefert, als in deren Land eine Hungersnot ausbrach. Bei einem zweiten Angriff der Libür, der zu Zerstörungen in den Westoasen und Nubin führte, war das Eingreifen des Maremphtar wiederum erfolgreich. Nach seinem Tod 1203 v. chr. übernahm Amenmesse die Macht im Reich. Hierbei könnte es sich um den Sohn einer Nebenfrau des Maremphtar gehandelt haben, was aber nicht bewiesen ist. Amenmesse regierte aber nur knapp drei Jahre und mit Zethos II. bestieg wohl der Sohn des Maremphtar den Thron. Doch auch ihm war nur eine kurze Zeit als Pharao vergönnt, so dass sein jüngerer Bruder Sipta die Reichsgeschäfte übernahm. Schon im sechsten Amtsjahr verstarb auch er. Seine Mutter Tausret nahm nun den vollen Titel eines Pharaos an und regierte das Land acht Jahre lang bis 1186 v. chr. 20. Dynastie Die Machtübernahme durch den neuen Herrscher Zednacht ist weitgehend ungeklärt. So ist nicht bekannt, wer er war und wie er auf den Thron gelangte. Dies muss in den kurzen Thronwirren nach Königin Tausret erfolgt sein. Er soll einige Kriege geführt haben, aber nach nur drei Jahren verstarb er. Sein Sohn Ramses III. war der wohl letzte große Pharao in der ägyptischen Geschichte. In seinem dritten Amtsjahr sah er sich mit ein Fällen der Libür, die sich mit den Meshwesh und Sepet verbündet hatten, konfrontiert. Sie überfielen das westliche Nil-Delta, wurden aber vom ägyptischen Heer vernichtend geschlagen. Die einsetzende große Völkerwanderung aus dem Osten brachte dann um ca. 1177 v. chr. den Seevölkersturm mit sich. Dabei wurden räuberische Volksgruppen, die aus der Ägäis und dem südwestanatolischen Raum zu Schiff über das höstliche Mittelmeer und auf dem Landweg vorgerückt waren und Angriffe auf das Nil-Delta unternahmen. In See und Land schlachten von Ramses III. Vernichtend geschlagen. Einige Jahre später versuchten die Liebe erneut ihr Glück im Nil-Delta. Aber auch dieses Mal schlug Ramses III. Sie zurück. Nach seinem Tod übernahmen einige Könige mit dem Namen Ramses die Reichsmacht. Wie ihre genauen familiären Abstammungen waren, ist oftmals noch ungeklärt. Es scheinen aber einige Söhne Ramses III. und Ramses IV. dabei gewesen zu sein. Ramses IV. der 1152 v. chr. Seinem Vater folgte, regierte nur bis 1145 v. chr. unter seinen Nachfolgern Ramses V. bis Ramses VIII. kam es zu Thronstreitigkeiten, welche teilweise bürgerkriegsartige Ausmaße annahmen. Dies hatte wohl auch zur Folge, dass das Vertrauen in das Amt des Pharaos sank und gleichzeitig die Macht der Priester, gerade in Theben, erstärkte. Erst unter Ramses IX. und Ramses X. konnte wieder eine gewisse Stabilität im Land erreicht werden. Doch die Macht der Amunpriester war so groß geworden, dass sie sich gegen Ende der Amtszeit von Ramses XI. auf die gleiche Stufe mit ihm stellten. Der Zusammenbruch der althergebrachten Pharaonendynastien und damit der Beginn der dritten Zwischenzeit war vorgezeichnet. Siehe auch Geschichte des alten Ägypten von Ramses XI. Untertitelung des ZDF, 2020